Ihr seht, wir sind wieder in der Prunkhütte, also es hat sich nichts groß verändert. Wir sind jetzt zweimal befördert worden wieder, werden jetzt wieder ausziehen in Stephans Herrenhaus. Eins, was wir noch freigestaltet haben, war einmal ein Mikrofon. Ja, und das große Aquarium, dieses Luxus-Aquarium da, was im Herrenhaus auch steht. Und wir haben natürlich die Freunde noch ein bisschen wieder aufgepumpt. Nicht alle, aber einige. Ja, die Mutter wieder hochgeschoben. Aber wir werden euch jetzt auf jeden Fall mal wieder das nächste Ende zeigen. Und dann werden wir wieder zurückziehen und werden dann wieder die kleineren Dinger dann wieder offscreen machen, solange bis wieder irgendwas Interessantes passiert, weil alles zu zeigen und jede Location hundertmal, das ist ja... Aber ich glaube, wir müssen dann wieder zur Mimi, soweit ich weiß, bei der nächsten... Die da bei der Mimi rumzugammeln, ihr kennt ja, glaube ich, langsam auch schon auswendig. Ja. Das hatten wir eben, zum Regisseur ist er befördert worden, also es ist jetzt nichts Großartiges passiert. Gut ist es auf jeden Fall, wenn das Spiel immer wieder mal speichert, zwischendrin. Ja. 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 Ich sag jetzt mal drei. Dreamcasts kann man ja immer hier oder hier hinschieben, das ist immer so Frage. Aber ich rede jetzt von Xbox, Gamecube und Playstation 2, dann äh... Wenn man alle drei Konzonen hat, dann sollte man sich eigentlich für Gamecube eher nur die Spiele holen, die man wirklich damals drauf gezockt hat und die Explosivtitel halt. Ja genau, was ja 80% eigentlich immer ziemlich die Mario Titel und sowas sind, die laufen auch meistens, so 90.000% immer richtig, aber wenn ihr wirklich die Auswahl habt, zum Beispiel bei Sims oder was, Xbox, PS2 und Gamecube, also da würde ich echt für PS2 oder Xbox zumindest wählen, obwohl die Xbox ja glaube ich die beste Version ist, von Sims ist, sobald wir das jetzt gesehen haben, bei Sims-Motion aus zumindest. Das ist schon nice. Wir werden hier auch nicht lange bleiben, weil die Rechnungen hier viel zu hoch sind. Ja, so ist das. Ja, so bist du ja auch Ja, so ist es sehr Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn der Zocki schon mal da ist, knuddeln wir den wieder voll. Voll ein bisschen. Ein Geschenk kostet das Haus mit einem Eckschiff. Gut, wenn er keins will. Umso besser. Erstmal hätten wir einen Job kündigen. Stimmt. Wollen wir mal die Aussteiger-Karriere, oder? Ja, Aussteiger machen wir jetzt. Und ich glaube, für die anderen beiden brauchen wir gar nicht mehr so viele Freunde. Ich bin der Forscher, ey. Als Dr. Dead. Der Schnorrer. Hör mal Schnorrer an. Kräber unter 10. Das ist ja schon die niedrigste. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir zu Mimi oder zum Dudley müssen. Das ist auch immer so ein Witz. Man zieht von der Luxusvilla in diese Drecksbuden. Also das ist doch wirklich so. Obwohl der Dudley, das würde zum Schnorrer passen irgendwie. Mortimer ist jetzt mittlerweile hier der oberer Nerver. Nerver, ja. Bert, äh. Das Spiel speichert ja jetzt sowieso. Ja, wenn das so weit kommt. Speichert. Aussteiger zum Mimi. Ja, da geht es auch darum, dass wir endlich in diesem geilen Ofen mal freischalten können. Können wir dann noch wieder da hinbauen. Ja, stimmt. Das ist eigentlich der beste Ofen, den es gibt. Wir haben immer mit dem Standardofen gebacken. Und man kann auch kochen lernen, glaube ich damit. Ja, das ist so. Kannst du schon die Ressung eintreffen? Ja. Und super koch zum Gourmetkoch. Die Sterne oder so. Sollst du mit Schnorrern, armer Penner. Ja, jetzt gucken wir, dass wir schnell wieder befördert werden. Weil erstmal brauchen wir mehr Kohle. Und zweitens mal ist das sowieso... Das ist ein bisschen fett. Das ist so müde. Ja, dann muss der überhaupt arbeiten. 10 bis 14 Uhr. Ja gut, hat er noch Zeit. Nadine hat wieder alles voll. Was heißt... Warte mal, wir können ja nochmal das Mikrofon kaufen. Damit die damit mal fertig wird. Wär ja ganz gut, wenn die auch alles voll hat. Dann kann die sich später mal, wenn diese ganzen Jobdinger weg sind, kann die sich auch mal einen Job suchen. Und dann geht das alles noch einfacher. Ich frage mich mal mit Michael jetzt. Wann kommt der? Wah, genau das wäre toll. Soll ich mal die zehn Jahre, Das ist komplettê. Ich versuche halt keine die 2 Millionen Viten! Ich sto accepted Ich versuche in dieście Re Games. Ich versuche mich den Ballion anmelden. Sie ist eher eine Weihnachten. Mama ist weggefallen und Maxine ist weggefallen. Guck mal, dass wir die Freunde, die wir jetzt haben, halten. Wir müssen wirklich mal gucken. Der Zocki ist wieder voll. Das ist schon mal sehr gut. Mimi können wir jetzt sowieso ein bisschen aufpassen. Bert Walfried. Der Arthur ist egal, weil der hat... Der ist hier. Den hat Nadine. Also den Arthur, den können wir beim Adolf fallen lassen. Egal. Dann müssen wir die hier wieder voll machen. Oder müssen halt mit Nadine versuchen weitere Freunde zu finden. Weil dann ist es ja egal. Eigentlich braucht da alle gar keine Freunde. Nur Nadine braucht die Freunde. Die halten sich auch ewig. Mortimer, der ist schon ewig auf 100. Das geht gar nicht mehr runter. Und auch Stefan ist auch ewig auf 100. Ich glaube, der ist schon auf 100, seitdem wir letztes Mal in Dattlis Wohnwagen waren. Ich glaube, das war damals auch so ein Ding, das deutlich langsamer runter geht, wenn das irgendwelche Charaktere erstellte. Er stellte es nie. Ja. Ja. No, ja. 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 40 Geld Sind hier sowieso arme Schlucker mit den armen 25.000 Euro Belief Spanier Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann können wir wenigstens gleich mal diesen geilen Ofen da aufbauen. Haben wir auf 100, kann gehen. Arthur, 94. Der geht schon wieder hässlich, einfach so groß. Vielleicht wird da auch noch was quatschen. Ich glaube, hier könnten wir in dieses komische grüne Dings da kommen. Das blöde Camper-Scheiß da. Fixert leider nichts. Das ist schön. Nichts besser als ein Fixert. So, und jetzt? Ja, aber erstmal. Das ist unser Mann hier. So. So. Jetzt können wir mal gucken. So. 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 Okay. So. 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 Du hast die Kieler! Action! Oh mein Gott! Es ist egal, ich habe immer noch mal verliebt, von daher habe ich das nicht geklappt. So was mit Walfried war ja. So verdienbar ein bisschen. Er trifft erst mal wieder ums ganze Haus. 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 Er trifft erst mal wieder ums ganze Haus.